Musik Heyo Leute, willst du kommen zu einer neuen Folge von Overwatch? Let's testen die Charaktere. Heute spielen wir Zaya, den letzten Tanklist auszieht. Oh, dann mal rein ins Match, ne? Darf ich bitte? Danke. So. Das ist eigentlich eher mein Hasscharakter. Ich weiß nicht, dass ich nicht sagen, Hasscharakter, aber... Das ist nicht wirklich der Charakter, den ich oft spiele. Ja, mein Angriff. Dann kann ich den Dudes dann ein Schild geben. Ich selbst kann mir auch ein Schild geben. Das sind Granaten. So, das kann sie, wenn ich... Ja, bitte. Das war jetzt noch nicht. Wir werden geboostet, geil doch. So, los geht's, Leute. Angriff. Das bitte, dass wir rausgehen. So, bitte, ich krieg's den Schild. Das ist ein Schild, Alter. Bedankt dich mal bei mir. Wenn noch jemand ein Schild, ich kann gleich wieder eins vergeben. Reinhard? Reinhard, du dummes... Ah! Wir machen das mit den Granaten. So, den machen wir so weg. Ich geb' mir mal selbst ein Schild. Ich geb' mir selbst gegen den Schild. So. Den haben wir gleich da. So. Den haben wir gleich da. Der Laserstreil nicht... Der Laserstreil... Ei, auf die Teil! Der Laserstreil macht mehr Schaden wie die Granaten. Das macht nichts. Wo sie kriegt ein Schild. Bitte schön. Da, wie der eine davor einfach voll in das Loch gerannt ist, das war irgendwie funny. Was sagt hier, Alter? Alter, seid ihr dumm? Fallen die alle ins Loch? Bitte schön. Tracer, du hast es nötig. Falle ich auch noch ein. Was? Down! Da war noch einer. Den hole ich mir. Der Laserstreil macht ja sau viel Schaden. Der ist doch so verdammt genau. Was machen wir mit dem Spezialangriff? Weiß ich gar nicht. Down! Mach es mal mit dem Spezialangriff, Leute. Hier kriegst du ein Schild. Nein, nicht auch noch einfallen. Da sind alle tot. Hi, Tracer. Wie läuft's? Alter, seid ihr alle dumm? So, wo sind die Dudes? Ach, das ist so ein... So ein Strahl, der andere zu einem zieht. Jetzt können wir alle wegnassen. Rotor kriegen wir auch noch hin. Mal schnell noch ein Schild. Die gleich auch ein Schild. So, dann ballern wir weiter drauf. Okay, hier sind Granaten, glaube ich, wirksamer. So, das war's. Mach ich einem hier selbst auch Schaden? Okay. Da muss ich aufpassen, dass ich die anderen nicht treffe. Alles klar. Hier kriegst du ein Schild, Bruder. So. Wo sind die Leute? Ich hab' mir selbst ein Schild gegeben. Ich hab' mir selbst ein Schild gegeben. Mach das Leben. Leute, ich werd' uns retten. Leute. Wir haben'n scheiß Aimbot hier. So ein Schild, kriegt davon was. Oh, um Verlängerung. Wir haben das doch eindeutig eingenommen. Jetzt komm, hier ist Sieg. Ja, Mann! Wo soll das sein? Alter, das find ich so geil an Overwatch. Oh Gott, du spielst einen Charakter, wo du eigentlich vorher gedacht hast, nö, der ist doof und so, ne? Ja, komm, sei still. Bitte schön. Also, bitte schön. Und dann, findest du heraus, der ist gar nicht so schlimm wie gedacht. Egal. Warum fachen wir ihn noch? Was hab' ich für eigentlich nur einen Spruch ausgerüstet? Russische Bär. Ja, ich russische Frau. Leute, es geht los! Was brauchst du denn? Ihr habt ein Schild, das ist ein Highlighter. Egal, scheiße. Boom. Ein Spritwerfer-Titante noch richtig gut gewesen, mit dem schweren Gerät. Fakt! Alter, der Laser macht aber deutlich heftig Schaden. Der macht deutlich mehr Schaden, wie, äh, der Granatenangriff. Sowohl es sauschwer ist zu treffen. Der Reaper, ja! Come get down! Mann, er ist sauschwer zu treffen. Ich muss ein bisschen zurückziehen. Jetzt wird das hier nix. Oh, der ist down. Der ist down! Ich kriege auch noch eine Granate ab. So. Hier, fix das. Schild kleiner. Kann ich mich regenerieren? Alles klar. Alles klar, so läuft das. Nicht zu früh. Weit's down! Die Radieschen. Hörer Radieschen, ja klar. Na, ja. Verstanden. Fast. So nicht mehr hier runter. Die Radieschen hat er. Hörer Radieschen, ja klar. Oh, du kannst dich nicht mehr retten. Down. Warte, du kriegst ein Schild. Oh, den Senyat haben wir auch gehört. Komm, geh down. Was? Zaya gegen Zaya. Alter, wie die hin und her läuft. Warte. So, wo kommen die ganzen Leute? Ich hab meine Spezialfähigkeit, Leute. Ne, hab ich keine Lust. Ich bin voll. So, Hansa hat ein kleines Schild bekommen. So, ich will aber, dass alle Gegner hier sind. Nicht nur die paar Pimpen hier. Geh doch down hier. Geht doch. Ach, da kommt, äh, wo kommt die Verlängerung? Okay, Leute. Bats. Ja, bitte rein da. So, egal. Wer ist ein Highlight? Ich bin gespannt. Hier vielleicht, bitte? Manu. Typisch. Immer diese Minigun-Typen. Magst du irgendwas? Das hab ich nicht lesen gekönnt. Sorry. Ja, komm, nicht schlecht. Aber wir sind doch hier drin, oder? Ja, Mann. Bitte. Gib mir episch. Bitte. Ja. Ja, Mann. Haha. Ich bin sich selbst belohnt. Noch mehr? Ja. Noch zu... Mann, ich dachte, ich war mir genau legendär. Schade. Boah. Solides Match. So, dann haben wir jetzt noch die Skins und ein paar anderes Zeug von Saya noch ein bisschen schnell an. So, Saya ist ganz zu unten. Saya. Skins. Sprechen ich mir eigentlich richtig aus? Saya? Man muss das jetzt anders betonen. Egal, ist russisch. Das versteht sowieso keiner. Ach, wir hätten schon einen zweiten Skins gehabt. Dann rüsst ich gleich mal aus, weil ich mag Standard Skins nicht. So. Na ja. Das ist alles ein bisschen... Du. Na ja. Coolerweise. Ne. Ja. Ich weiß nicht. Saya bringt's bei mir irgendwie nicht. Jawohl, das hier. Oder das. Ja. Das hier. Naja. Ne, kommt. Das... Ne, ich war ja ganz geil. Die letzten beiden. Klar, Farbe hatten die einen Standard. Ja, das sieht scheiße aus. Ja, egal. Heide den Triss. Jetzt mal auch schon schnell an. Und so. Die Musclebraut. Nochmal. Ja, gibt's cooleres. Das sieht nicht schlecht aus. Das sieht heiß aus. Äh, heiß ja. Rian, halt die Klappe. Ähm. So, dann werde ich jetzt diese Folge mit Winston, der uns in der letzten Folge Tatkräfte über der Seite gestanden ist. Ähm, freut mich auf die nächste Folge von Overwatch, die natürlich morgen kommt. Und, äh, schreibt doch in die Kommentare, was ihr von einem Lootbox-Unboxing hält. Ja, da hätte ich auch mal vor zu machen. Dann werden wir hier ein paar mehr Skins und so zusammenbauen. Ja. Schreibt es mal in die Kommentare, was ihr davon so allgemein haltet. Dann würde ich sagen, haut mal in der neuen Folge Minecraft Story Mode vorbei, die heute auch rauskam. Und, würde ich sagen, bis dann. Rian sagt ciao. Macht's gut, Leute.